Heute geht es nur um den Sport. Heute wollen wir feiern mit einer Auswahl aus 359 Spielern, die seit 1991 das Löwentrikot getragen haben und die heute hier anwesend sind. Mein Name ist Marc Zieholt. Ich vertrete nun seit ca. 10 Jahren, wie ich finde, eine weitere Legende des Frankfurter Eishofees, die heute aus beruflichen Gründen leider nicht da sein hat. Ich soll euch aber ganz herzlich begrüßen. Er wünscht euch auch einen tollen Abend heute in Vertretung für euren Stadionsprecher, Rüdiger Storch. Ich bin froh, ehrlich gesagt etwas nervös, etwas aufgeregt, dass ich das heute nicht alles alleine machen muss. Und deshalb freue ich mich euch jemanden zu präsentieren, der mich heute unterstützt. Er ist Kommentator bei ServusTV. Viele von euch werden ihn kennen. Hin und wieder wird das Herzinfarkt gefährdet bei den Löwenspielen. Aber er ist eben auch mit Leib und Seele dabei. Hier ist der heutige Promodator, die Stimme des Löwen-Fanradios, Patrick Bernecker. Voraus ist jetzt Klasse. Danke, danke, dass ihr alle so zahlreich hier erschienen seid. Ihr habt die Löwen in den vergangenen Jahren zu dem gemacht, was sie waren und zu dem gemacht, was sie sind. Dafür vielen, vielen Dank und ich wünsche uns allen heute hier einen fantastischen Abend. Und ich muss sagen, ich bin genauso nervös wie der Hark. Ich hoffe, ihr merkt schon, wie die Luft hier weht, wie es zittert. Ja, und jetzt geht's da. Machen wir uns auch bald mal los, oder? Ja, ich mag doch! Ja, ich mag doch! Was ist das hier? Was ist das? Was ist jetzt passiert? Nichts! Ich bin echt auf dem Musik im Täterplatz. Warte! 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 Hölle Stöte, Hölle Stühle, auf den Markt, auf den Grund, die Welt! Leo ist heute da und das kommt schon aus der Lions-Zeit. Denn heute geht es ja viel um 2004 und die Zeit der Lions. Und bevor wir euch noch lange auf die Folter schauen, würde ich sagen, wir legen einfach los. Wir haben vor dem Einlauf der Mannschaften einen kleinen Videospot für euch vorbereitet. Und wir starten mit deiner Mannschaft. Und jetzt mal alle auf die Videowelle schauen.